Hallo und herzlich willkommen zurück auf Skyblog bei Gomme. Das ist mal ein bisschen anders. Ja. Und ich bin immer noch am Koppelfarmen. Yay. Will auch mal eine Begrüßung machen. Voll deprimiert hier. Ja, nee. Das wäre zu spät. Ja, kann ich ja nichts dafür. Ich soll immer anziehen. Kann ich ja nichts machen. Bla, 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 bla. Maul, maul, maul. Das dafür ja immer beenden. Das Drama. Meistens ist Drama, ja. So, das hätten wir auch schon mal hier. So, planen heute für mich zwei Stacks Kugall. Einen habe ich jetzt schon fast. Eee, schick. Dass ich oben die zweite Seite fertig machen kann. Dann müssen wir noch Wände ziehen und das Dach drauf hämmern. Dann sind wir fertig da oben. Wir müssen uns bloß was anderes einfallen lassen für die Leiter. Die steht da ungünstig. Ja, weiß ich. Die können wir ja dann die obersten drei oder vier abhauen. Ja, irgendwie. Und den Greifs dann ausleuchten. Irgendwie so, ja. Wir müssen auf jeden Fall jetzt Fackeln mit hochnehmen, um da oben dann gleich ausleuchten zu können. Dass wenn es nachts wird, da oben ja nicht hier alles voll spawnt. Weil ich habe halt auch keine Ahnung, wie das jetzt ist. Früher weiß ich noch, das war ausgescheiden, aber wenn jetzt ein Creeper in die hochgeht, ich habe keinen Plan durch das neue System, ob der Sachen mit in den Tod reißt. Weißt du, wie ich meine? Ich weiß, was du meinst, aber die Kitzel mit der Grund, die ist echt nicht ohne Gott. Die schreien sich scheinbar dagegen, sie hat dich wieder an, ey. Ne, 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 da ist gerade irgendwie von einem Gefängnis in Indien. Ich habe jetzt mal das Mikro ein bisschen gedreht, ich hoffe, es wird besser. Hm, nicht wirklich. Naja. Sie machen wir ein bisschen leiser, siehste. Oh. Mein Gott, ich fühle mich hier oben so einsam und alleine. Was machst denn du da oben? Naja, Quadrat bauen, hä? Mhm. Korbel benutzen, setz mal unten irgendwie Wasser rein, dass wir runterjumpen können. Da kommst du ja unten nicht wieder raus. Was war jetzt los? Hä, wie, was war jetzt los? Ja, mein Bildschirm hat gerade kurz ganz komisch geflackert, äh, ich habe jetzt erstmal gerade geguckt, dass die Aufnahmen noch alle laufen. Ich habe bestimmt gerade eine Lösung gefunden, ich hoffe, dass es funktioniert. Oh, nein, 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 das funktioniert nicht, egal. Willst du hin? Oh, cool. Beute ursprünglich, äh, ja, lass liegen, wo ich mir jetzt wieder, ursprünglich in das Wasser von unserer Cobbelfarm jumpen, aber naja. Loot, 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 loot. Ja, richtig, loot. In deinem Fall eher Blut, 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 Blut. Blut, wir brauchen Blut. Okay, du wolltest natürlich nicht übertreiben, oh, wir haben ein Brot, hast du Brot gebacken? Äh, nö. Dann hat uns bestimmt jemand Brot zugeworfen und wir haben es nicht mitbekommen. Schon eher. Damn. Und du warst nicht weit genug. Mit deinem Quadrat. Ja, ne, ich hatte ja kein Kobbel mehr. Dann lag aber Kobbel auf dem Bordstein rum. Ja, zwei. Achso. Siehst du, mit den zwei wärst du vielleicht weit genug gesprungen? Hahaha, wahrscheinlich. Ach. Das könnte sogar funktionieren, ich bin fast genau drüber, ich will es jetzt aber gerade nicht testen. Ja, kann ich verstehen, ist okay. Probier ich, wenn ich keinen Kobbel mehr habe. Hm. Äh, bringst du Fackeln mit hoch? Ich, äh, widme mich jetzt tatsächlich mal wirklich den Challenges. Ach, du und deine Challenges, du kannst es echt nicht lassen. Lass doch erstmal ein bisschen was bauen, bevor wir uns um den Scheiß kümmern. So. Das Ding ist nur, wir brauchen auch Erde und irgendwie Gras und den ganzen anderen Kram. Das ist ja generell alles relativ aufwendig, was du da brauchst. Du kannst doch auch nicht die ganze Zeit drei Sachen gleichzeitig machen. Lass doch erstmal eins fertig und dann ist gut. Wieso drei Sachen gleichzeitig? Du hast doch die Farben da oben. Du willst Erde, willst Farben, willst das Ding hier fertig haben. Wieso du willst das Ding da oben fertig haben? Ja sicher, weil wir die Monster brauchen. You don't what I mean. Mio. Mio. Die Plattform ist fertig. Siehst du ja, schon was geschafft heute. Yay. Das ist doch schon mal was. Glaube ich zumindest. Ich muss jetzt erstmal die ganzen Dinge abzählen, weil dadurch, dass du ja hier jetzt auch was gemacht hast, und wir Pause gemacht haben, bin ich ganz sicher. Zwei, vier, sechs, sieben. Gut. Zwei, vier... Wieso tue ich eigentlich nur meinen Push-Betrock? Zwei, vier, sechs, sieben. Zwei, vier, sechs, sieben. Gut, alles klar. Passt. Ja, wenn es ein Quadrat ist, dann passt den. So. Hier muss dann die Leiter noch umgesetzt werden. Ist ja egal jetzt gerade. Dann setzen wir den ersten Ring. Einen Ring. Ring, ring. Ring on my eye, hoor. Ja genau, das hab ich auch gerade im Kopf. Welch ein Zufall doch. Ja, also die Themen haben wir ja schon öfters gehabt, ne? Dass wir da irgendwie manchmal halt gleich kicken. Joa. Gelegentlich. Immer dasselbe Geräusch bei mir. Achso. So, okay, ich hab jetzt keinen Koppel mehr. Das ist natürlich ärgerlich. Nein, 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 das ist ja nicht ärgerlich. Wie war denn das jetzt? Alter. Was denn? Kann ja nicht sagen, was los ist. Ah, hier, okay, erst klar. Cool, ja, das hab ich gesehen. Gut, so, äh, wo muss ich denn springen? Hier ungefähr. Und, 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 und. Nein, ganz, ganz knapp daneben. Ach, aber du schaffst es ja. Ja, du, du hast die Möglichkeit, aber ich bin ganz leicht auf den Koppel aufgekommen. Oh, das ist natürlich ärgerlich. Jetzt darf bloß unser Wassereimer nicht weg sein. Dann nur noch einmal. Ich hab auch jeden Fall... Der Eimer ist noch da. Alles gut. Ja, siehst du, das geht auch da. Nur unnötiger Scheiß ist, äh, ist runtergefallen. Dann geht es noch, das ist ja dann nicht ganz so wild. Äh, ich bräuchte mal, das wäre zumindest ganz nett, äh, drei Steine. Ja, gut, sind zwar vier, aber okay. Weißt du, er will drei. Normalerweise sagt man danke, wenn es mehr ist, ne? Es sind vier. Das ist sauer, ey. Geht so nicht weiter hier. Ach, was mach ich denn hier? Was hast du denn jetzt gemacht? Ein Schwert. Nein, ich hab gerade, äh, wollte Sticks machen und hab aber schon versucht, die, äh, Pickaxe zu machen mit den normalen Wurteilen. Oh, also ne Holzfäller-Pickace, ja, mit dickem Stil. So, in der Richtung. Ich hab halt an mein Genital gedacht und da dachte ich mir, okay. Kann mal ruhig mal ein bisschen dicker machen. Oh, ich merke, es ist schon wieder so spät, ey. Wir quatschen schon wieder über ganz komische Sachen. Ne. Ja, ich... Ja, ich... Soll Ruhe halten am Hintergrund. Ja, weil mein Freund meinte gerade bloß, wie war das beim... Nach müde kommt dumm. Hat er ja recht. Ich bin ja nicht müde. Ja, ich auch nicht. Jetzt tu wohl mal... ...auf deinen eigenen Stein. Oh, wir können ja auch zu zweiter Wein klopfen, ne? Komm hier, geht ab. Nein. 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 Nein, ich hab bloß Angst, dass ich hier durchgehämmer. Nein, nein. Ja, dann guck doch schräg nach unten, du Tröde. Machst du jetzt. Speed Mining. Nein, nein, nein. Aber ob es das jetzt wirklich bringt, ist jetzt mal so eine andere Frage, ne? Nein, ich hab halt echt die Befürchtung, dass wir halt da durch die Pickaxe schneller verschleißen. Weil du unten den Stein ja nicht immer komplett abbaust. Aber ich hab keine Ahnung, wie sich das verhält. Aber im Endeffekt ist es egal, weil, äh... Da hast du schnell wieder eine neue gebaut. Ja, eben. Hat wer in deinem Shop Village als Spawn-Ex, gibt's die Dinger auch so oder wie? Da brauchst du ja gar kein Gold für eine Eisenfarbe. Ja, wer weiß. Vielleicht ist das jetzt auch nur so. Was machen unsere Kakteen? Alles klar, da sind wieder ein paar gewachsen. Abbauen hier, mitkommen. Weil die baue ich halt jetzt auch so massig wie möglich an. Ja, klar. Also ich kann dir sagen, wir brauchen noch ungefähr 8 bis 10 Stakes Kobbel für die komplette Farm fertig machen. Ja, das ist auf jeden Fall spezial. Ich hab halt damals, ich weiß nicht, ob wir das auch so machen wollen. Weil damals, wo ich halt alleine Season 1 gemacht hab, da war's so, dass... Ja, hast du offline gefarmt, weil ich... Das hat's mir so erzählt. Ja, ist halt die Frage, ob das hier Sinn macht, weil wir ja eigentlich zu zweit sind. Aber das Problem ist halt, dass halt wirklich, äh... Ja, du hast dann halt bei einem immer eine Folge, wo er bloß voll im Kobbel-Generator steht. Ja, dann ist das jetzt am Anfang halt so. Wir wollen ja zeigen, was komplett passiert, nehme ich mal an. Ja, klar. Wir wollen ja ein bisschen... Zeichen, was hier so eine Sache ist, ne? Und ich habe... Guck, die Melonen da bauen, das Groud. Wunderbar. Ja. Was denn? Ich hab gerade irgendeinen Satz angefangen und hab keine Ahnung mehr, was ich da eigentlich sagen wollte. Egal. Ich finde es im Übrigen sehr witzig, dass ich meine Abonnenten untereinander auch schon kenne. Da kam ein Kommentar heute rein, hier, ich hatte das ja vorhin erzählt, hier, da haben sie sich einfach gegenseitig in den Kommentaren gegrüßt, weil sie sich vom Server her kennen. Ja. Ich finde es ziemlich lustig. Ja, warum denn nicht, ne? Die Zimmer wie freundlich, wie die doch alle sind. Kann man mal machen. Ich habe übrigens, äh, die Idee gehabt, dass man theoretisch, äh, zwei Schilder hier irgendwo ziemlich offensichtlich hinsetzen kann, wo einfach die, 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 äh, die Kanäle draufstehen. Ja, muss man dann mal schauen. Ich werde, äh, auch definitiv, ähm, nächsten Monat, äh, mit meinem anderen Schilder-Anbieter draufstehen, dass auch mein Name hier halt drin steht, weißt? Ja, ich hatte, ich hatte ja, ich hatte ja überlegt, äh, meinen Minecraft-Namen tatsächlich zu switchen. Es geht ja mittlerweile, ähm, keine Ahnung, bei Minecraft finde ich das okay, dass ich so heiß, weißt du, das ist das Schlimme. Weil ich hatte dir das ja auch schon mal erzählt, ich habe ja überlegt, äh, die Minecraft-Lead-Space würde ich auch auch weiterhin auf, ja, ich würde nicht in meine Steine reinlaufen, äh, weiterhin auf meinem alten Kanal zu bringen, äh, hast du mir ja davon dann abgeraten. Ja, es wird es dir tatsächlich bringen, ich glaube, es ist auch so ein bisschen Blockade noch, dass dein alter Kanal die noch hat, vermute ich mal. Ich glaube, ich gar nicht so, weil anscheinend spült sich das alles hin und her, weil seitdem wir nämlich hier wieder angefangen haben, ist komischerweise auf meinem alten Kanal wieder die Hölle los. Ah. Ja, erinnere mich mal dran, ich brauche nach der Aufnahme deine, äh, deine Hilfe wegen Zwecks AdSense, da stimmt bei mir irgendwas nicht. Da kann ich dir nicht helfen. Ja, doch kannst du, bin ich mir sicher. Nö. Doch, glaub mir. Ach, ist das nicht schön, diese Kabel ist hier. Weil, weil, weil ich möchte meiner Tochter irgendwann mal einen Eiskaufen von meiner YouTube-Money. Wie gesagt, da kann ich dir nicht helfen. Ich weiß nicht, wie das jetzt aussieht, ich habe da keine Ahnung mehr von. Also, ich habe das vor fünf Jahren mal gemacht. Nein, das Problem ist, ich sehe meinen, äh, in meinen, 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 meinen. Meines kann ich ja so erzählen. Ich sehe meinen, meinen, wie heißt das jetzt? Ah. Ah, ja, nein, 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 nicht AdSense-Konto, sondern, äh, bei YouTube, die, 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 die. Genau, in der Analytics sehe ich nicht, was ich einnehme und wodurch und so, durch welches Video und bla. Das sehe ich einfach nicht, da steht einfach grundsätzlich null. Gehe ich aber auf mein AdSense-Konto, sehe ich was. Aber da steht halt keine Details und ich würde halt gerne die Details sehen, damit ich auch sehe, was die Leute feiern. Das siehst du anhand der Klicks, nicht anhand der Zahlen, die da drin stehen. Ja, trotzdem, mich nervt das. Da kann ich hier nicht weiterhelfen. Bei mir war es damals, äh, synchronisiert, ist alles beim alten geliebt, tschüss. Ganz komisch hier. Ich habe ja auch bloß mein AdSense-Konto wieder angegeben, aber irgendwie blockiert sich das anscheinend. Ja, das kann durchaus sein. Das kann ich hier so genau gar nicht sagen, aber, ja. Aber normalerweise müsste ja auch ein AdSense-Konto ohne Probleme für mehrere Kanäle funktionieren. Ja, wenn du dir denn vorher freigibst, soweit ich das weiß, ja. Komische Sache. Ja, muss ich mal mit austoben. Ich muss mich damit mal mit echt nochmal beschäftigen, wie das genau richtig funktioniert. Könnte auch ziemlich nahe liegen, dass auf meinem Alt-Channel alle Videos die Tage fliegen gehen. Okay.